Ich hab das gewusst, seit der Karli klein war. Was? Ja, dass der nicht alt wird. Er ist ja noch nicht tot. Ja. War immer der Schwächste von uns, hm? Ja, er war der Jüngste von euch. Nein, ich mein, der hatte so eine innere Schwäche. Wie so ein Pudding, so was Unklares. Als wäre er nicht ganz fertig geworden. Ein bisschen leiser, bitte.